Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Hier die Technik-News der Kalenderwoche 23, 2017. Verbraucherschützer fordern, dass Ersatzteile und Reparaturanleitungen zur Verfügung gestellt werden müssen, um die geplante Obsoleszenz zu verhindern. Damit soll Elektronik länger halten. Außerdem sollen so die Reparaturen deutlich günstiger werden. Derzeit ist es so, dass Reparaturen direkt vom Hersteller über 50% vom Neupreis kosten. Damit lohnt sich eine Reparatur derzeit kaum noch. Die nächste Bundesregierung soll dafür sorgen, dass es sich für Verbraucher lohnt, ihre Geräte wieder zu reparieren. Außerdem sollen Gesetze kommen, die Hersteller dazu verpflichtet, länger Software-Updates zur Verfügung zu stellen. Wenn die Hersteller Ersatzteile anbieten müssen, können die Geräte dann auch über Drittanbieter repariert werden, was dann deutlich günstiger ist. Hoffen wir mal, dass solche Gesetze kommen, wie es der Verbraucherschutz fordert. Auch Rise of the Tomb Raider bekommt ein Ryzen-Update. Mit dem Update soll mit Ryzen-Prozessoren besonders in Verbindung mit Nvidia-Karten die Leistung gesteigert werden um 20-30%. Vor allem die Frametimes sollen sich stark verbessern. Solche Updates zeigen mal wieder das Potenzial von AMD Ryzen und zeigen auch, dass es nur kleine Updates benötigt, damit Ryzen das Potenzial entfalten kann. Viele Spiele, die im Laufe des Jahres erscheinen werden, werden schon von Anfang an eine Ryzen-Optimierung haben. So wurde auch im Punkto Gaming Ryzen immer besser. Auf der Computex wurden wieder neue SFX-Netzteile vorgestellt. Viele Leute bauen sich gerne kleinere PCs mit viel Leistung zusammen, aber da gab es nicht viel Auswahl bei den Netzteilen. Besonders kompakte Gaming-PCs brauchen starke SFX-Netzteile, da gab es allerdings noch nicht so viele. Be Quiet, aber auch Seasonic bringen jetzt neue Netzteile heraus. Be Quiet bringt die SFX-L-Power-Reihe heraus mit 80 plus Gold und bis zu 600 Watt. Auch Seasonic arbeitet an SFX-L-Netzteilen. Als Basis soll dazu die Flex-Serie dienen mit 450 bis 650 Watt und mit 80 plus Titanium. Damit tut sich ja auch endlich mehr im SFX-Netzteilmarkt, so damit ein größerer Preiskampf entsteht und man ein besseres Preis-Leistungsverhältnis hat. Die Nachfrage an Grafikkarten wegen Mining steigt immer mehr. AMD-Grafikkarten eignen sich besonders gut zum Minen. Die RX 570 und RX 580 ist schon lange ausverkauft, die RX 560 wird langsam knapp und nun fängt es auch bei den Nvidia-Grafikkarten an. Deswegen wollen sowohl Nvidia als auch AMD spezielle Versionen extra für Mining herausbringen. Damit soll die Nachfrage von Minern an Gaming-Grafikkarten drastisch gesenkt werden. Wann solche Karten erscheinen werden, ist aber unklar. Ich habe ja in den letzten Technik-News angekündigt, dass Microsoft zusammen mit Qualcomm und ihren Snapdragon-Prozessoren Windows-Notebooks herausbringen möchte, die auch x86 abspielen können. Der Erfinder von der x86-Architektur ist aber Intel und die haben jede Menge Patente, was das angeht. Intel hat deswegen angekündigt, dass sie ihr geistiges Eigentum rund um die x86-Technik schützen wollen. Und ich denke mal, es ist ziemlich sicher, dass bei der x86-Emulation von den ARM-Prozessoren irgendwelche Patente verletzt werden. Alle Hersteller von x86-Prozessoren, darunter AMD und VIA, haben Lizenzabkommen mit Intel. Qualcomm und Microsoft haben solche Lizenzabkommen allerdings nicht. Deswegen, denke ich mir, würde es schon sehr bald vor Gericht gehen. Das war es dann aber auch mit den Tech-News für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr sagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da, dann bis zum nächsten Video.